Mebis-Freunde, heute gibt es eine kleine Runde zu einem tollen Werkzeug, das sogenannte Wiki. Und das Wiki ist ein sehr offenes Werkzeug, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Es hat einem eigentlich alles möglich, was einem so einfällt. Und wir haben hier in unserem Lehrerzimmer, Lehrerinnenzimmer ein Wiki angelegt. Und das wäre jetzt eben hier mal vor allem für Hybridunterricht, Distanzunterricht, eine Option, sich zu koordinieren. Hier sind einige Beispiele schon vorbereitet und genannt. Hier sind jetzt mehrere Dinge schon vorbereitet. Also hier ist zum einen mal Text vorbereitet und zum anderen mal sind hier solche Links. Und diese Links kann man auch selber anlegen und kann im Prinzip wie bei Wikipedia einfach so eine komplette Struktur gemeinsam aufbauen. Jede Seite kann man hier mit Bearbeiten eben bearbeiten, also Dinge ergänzen und verändern. Das kann auch jeder auch, wenn er nur Schülerrechte hat. Und jetzt gehe ich einfach mal hier auf Bearbeiten und wir schauen uns den Hintergrund sozusagen dieser Seite an. Und da sieht man jetzt hier, naja, ist eben ganz normaler Text. Und hier ist manchmal, hier sind diese zweieckigen Klammern, zum Beispiel haben wir den Begriff 5A20. Und diese eckigen Klammern bedeuten nun jeweils, dass eine neue Seite dadurch erzeugt wird. Das heißt, ich könnte jetzt ganz sinnloserweise hier zum Beispiel um Schreibrechte einfach mal zweieckige Klammern machen. Hier zweieckige Klammern auf und nach Schreibrechte zweieckige Klammern zu. Dann wird aus diesem Wort eine neue Seite entstehen. Ich klicke mal auf Speichern und dann sieht man schon hier rot Schreibrechte. Das ist eine neue Seite. Wenn diese Seite leer ist, ist sie rot. Wenn schon was dort geschrieben ist, dann ist sie eben blau. Und jetzt haben wir hier im Prinzip so ein Code. Also, was heißt ein Code? Das ist jetzt einfach eine Seite für die 5E im Schuljahr 2020. Und da können wir draufklicken und da ist jetzt auch schon was angelegt, nämlich persönlicher Kontakt. Das wäre jetzt so die erste Idee. Man kann hier einfach eine Klassenliste reinladen, in eine neue Seite einfügen. Und dann kann man dort zum Beispiel persönlich für jeden Schüler kurze Kommentare hinterlassen. Zum Beispiel, dass ihn einmal die Woche jemand anruft. Jede Woche soll ein Schüler telefonisch kontaktiert werden. Und dann kann man hier, ich klicke mal drauf, ist einfach hier die Liste aus dem Infoportal. Die kann man hier kopieren aus dem Infoportal und hier einfügen. Und das sind hier die einzelnen Schüler. Und wenn man hier auf Bearbeiten klickt, dann sieht man, so sieht es aus, wenn man aus dem Infoportal die Namensliste exportiert. Dann wird es vom PDF und dann kann man in diesem PDF alles markieren, einfügen. Und dann sieht es hier so aus. Und dann kann man zum Beispiel hier sagen, in der Kalenderwoche 51, da soll persönlicher Kontakt eben mit jedem Schüler einmal stattfinden. Und jetzt ist mein Kürzel, ist halt hier dieses. Und ich habe den Schüler 1 und den Schüler 4 persönlich kontaktiert, vielleicht telefoniert, mal kurz angerufen, gefragt, wie es geht, wie es läuft. Was so lerntechnisch irgendwie dran war, die Woche, wie es geklappt hat. Und so kann man sich hier eben dazu beispielsweise koordinieren. Und hier ist jetzt schon auch angelegt, was klassisch, was man aus Wikipedia kennt, so ein Backlink zur Seite zuvor. Ja, und jetzt kann man hier auch zum Beispiel zur Koordination auch didaktischer, inhaltlicher Art kann man zum Beispiel hier bearbeiten, sagen. Und jetzt kann man hier, das kann jedes Klassenteam eigentlich machen, wie es möchte, zum Beispiel eben für die KW 51. Auch ganz grundsätzlich einfach mal eine Seite erstellen. Das kann, wie gesagt, jeder machen, zwei KG-Klammern drumherum, zack, fertig. Und jetzt habe ich zur KW 51 und jetzt kann halt jedes Fach vielleicht ganz kurz schreiben, ist es jetzt gerade eine offene Phase, die im Distanzunterricht ansteht, werden hier beispielsweise, wird ein Projekt umgesetzt oder dreht sich um die Erarbeitung, was ja vielleicht schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Und so kann man vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreichen Distanzunterricht koordinieren und hat auch so ein bisschen Überblick, wie viel passiert gerade. Sind die Schüler vielleicht jetzt gerade auch in anderen Fächern stark gefordert und kann man sich selber ein bisschen zurücknehmen und vielleicht einfach ein bisschen was üben und wiederholen. Und so hat man auch immer so einen Überblick, ist gerade viel. Das heißt, wenn jetzt Schüler zum Beispiel sagen, naja, ist gerade total stressig oder Eltern das vielleicht auch sagen, kann man nachgucken und sieht vielleicht auch im Nachhinein, denn ja, tatsächlich war jetzt gerade sehr viel von einzelnen Fächern gefordert. Für uns können wir hier eben sagen, zum Beispiel in Deutsch, offenes Projekt zum Thema Filmanalyse. Filmanalyse. Und in Geo ist zum Beispiel 3D-Modelle. Und wie gesagt, schön ist halt immer hier dieser Backlink. Das heißt, kann man zum Beispiel so machen, ich klappe hier oben auf, dann gibt es hier diese Linie, das ist ein schöner Abschluss. Und dann kann man sagen, zurück. Und jetzt kommt der Backlink, also zur übergeordneten Seite. Das heißt, zwei eckige Klammern. Und dann war das eben die übergeordnete Seite 5E20. Und genau. So, und jetzt ist allerdings noch eine Besonderheit. Das habe ich jetzt gerade selber falsch gemacht. Denn die KW51, das ist jetzt ein allgemeiner Link, der wäre jetzt schon besetzt. Sprich, wenn eine andere Klasse das auch so nennt, also diesen Link auch so nennt, dann würde es nicht funktionieren, weil beides läuft dann auf eine Seite raus. Das heißt, jetzt muss ich gleich nochmal Strafarbeit machen. Denn diese KW51 soll irgendwie dieses Merkmal 5E20 noch hinten dran haben. Also 5E20 noch hinten dran einfach. Dann ist es sozusagen ein eindeutiger Link. Ah ja, genau. Also so. Und jetzt gebe ich eben hier nochmal ein, was in Deutsch ansteht, was in Geo ansteht, was in Nut ansteht. Und dann kommt nochmal zurück. Genau. Das ist im Prinzip eine kleine vorbereitende Einführung dazu. Und jetzt ist allerdings auch noch langfristig das durchaus ein ganz interessantes Werkzeug, weil man hier auch jahrgangsübergreifend, also ich gehe jetzt mal hier ganz zurück zur Ansicht, weil man hier auch jahrgangsübergreifend theoretisch eben Dinge ablegen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier reinschaue, könnte ich jetzt hier einfach für das gesamte Jahr Inhalte angeben. Zum Beispiel, was in Bezug auf das Mediencurriculum hier bearbeitet wurde, gruppendynamische Spiele, die im Rahmen von Projekten gemacht wurden und so weiter. Und dann könnte ich am Jahresende, sind ja im Prinzip alle Informationen hier unter dieser eindeutigen 5E20-Kennung gespeichert. Das heißt, ich könnte dann zum Beispiel nächstes Jahr schauen, was hat denn letztes Jahr die 5A gemacht, so ganz grob. Welche Klassenprojekte wurden da umgesetzt und so weiter und bin eigentlich so ein bisschen im Blick. Wäre so eine Ergänzung vielleicht zum Übergabeprotokoll. Und ja, es ist noch viel mehr möglich. Man kann sich da wirklich sehr, sehr viel auch als Klassenteam überlegen, koordinierend hier Sachen anzulegen. Also, lädt auf jeden Fall ein zum Anschauen und damit würde ich sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.